Ich begrüsse euch im Auto von der Sophia, wir fahren gerade an den Jan, an den Jan, wir fahren an den Jan vorbei, da vorne haben wir Dobi, da haben wir unsere Lieblings-Cosplayerin. Sind du mit dem Arthas-Cosplayer? Ja, sie macht das Arthas-Cosplayer heute an den Jahren, wenn ihr euch wundert, das Haar ist mein Arm. Das Auto fängt so schnell an den Jan. So, wo sind wir? Das ist eine freundliche Wohnung. Ein Zimmer. Und noch ein bisschen mehr Zimmer. Unsere Sicht. Tada! Da findet die Jan statt. Da findet die Jan. Ja! Ja! Ello! Guten Morgen! Guckt euch das mal an. Ich werde mich jetzt anfangen fertig zu machen. Piri und Tobi machen gerade Frühstück und ich versuche mich hier so ein bisschen reinzurichten. Diesmal habe ich nämlich die Lidschattenpalette dabei. Die hatte ich ja an der Fantasy Basel vergessen. Piri und Tobi müssen dann gleich mal rüber. Mal gucken, was wir dann noch machen. Das riecht schon mega gut nach Speck. Wir haben wieder mal mega Glück. Es sollte warm werden. Ich hoffe, dass ich heute mal suche und ich friere. Ich eiss jetzt mal meine Eier. Ja. 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 Okay, danke. Du wirst mir auch Tanja sagen am Anfang. Ich bin sowieso irritiert. Nein, ich nicht. Ich habe so viel gesagt. Ich habe gesagt, ich kenne so viel Tanja. Das heisst, es ist doch nicht anders. Und dann hast du gesagt, doch, ich heisse Sophia. Und dann habe ich gesagt, okay, dann sage ich jetzt Sophia anstatt Tanja. Wie so ein Gremling. Das ist geiles Blau. Das ist geiles Blau. Der eine ist fleißig am Anfang. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. 문제가 hat w ING Untertitelung des ZDF, 2020